Willkommen in Australien. Wir sind jetzt schon zwei Tage hier. Wir sind in Cairns gelandet und hatten dort eine kleine Airbnb-Wohnung, damit wir uns erstmal akklimatisieren. Wir haben in der Lagune gebadet in Cairns, was total schön war und sind ein bisschen durch die Fußgängerzone geschlendert. Und heute Morgen haben wir unseren Mietwagen bekommen, weil wir wollen jetzt die nächsten drei Wochen durch Australien fahren und wollen uns wirklich möglichst frei bewegen können. Vor allem im Nordosten, also zwischen Brisbane und Cairns. Wir fahren von oben runter. Momentan sind wir im Daintree Forest. Das ist der älteste Regenwald der Welt und der ist 130 Millionen Jahre alt. Liegt kurz unterhalb von Cape Tribolution. Das ist der nördlichste Punkt, den man mit dem Auto fahren darf. Und morgen früh fahren wir wieder Richtung Süden. Und was die nächsten vier Wochen so in Australien passiert, das seht ihr ja dann. Was die letzten zwei Tage passiert ist, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.